Ich weiß ja nicht, wie jung sie war. Naja, 17 maximal. Nee, das geht, glaube ich. Ach, Mist. Es kann zwischendurch mal der Ofen kurz so klinken, aber es ist ja Profi-Radio, wie immer. Moment, Tino, willst du damit etwas sagen? Wir wären nicht professionell, das ist aber, das ist Quatsch. Das ist ein Feature, das ist kein Bug. Das ist ein Spezial, das ist ein Jingle, was wir hier einführen. Passend zum Hörerwunsch, denn ein Hörerwunsch ist ja auch etwas ganz Spezielles. Das stimmt. Jedes Mal aufs Neue haben wir wundervolle Themen von euch, die ihr für 20 Euro oder Dollar, ich weiß gar nicht, kaufen könnt, zu einem Thema eurer Wahl. Ja, Patreon ist Dollar, das ist nämlich das Gute, weil da bezahlt man effektiv nur 2,50 Euro für die Oase, ja, den Premium-Zugang. Das ist ja viel Dollar. Ja, genau, aber, weil wir natürlich schwer schuftende Menschen sind, haben wir uns hier einen Stundenlohn von 10 Euro ausgerechnet, also 20 Euro. Aber ihr könnt euch ja auch erst noch zurückhalten, wir haben jetzt noch drei offene, wenn wir heute fertig sind, dann nur noch zwei. Okay, denn über diesen November ist einiges zusammengekommen. Tino, was fällt dir denn ein, die Flatschen aus der Kauleiste rauswamsen zu lassen? Äh, weißt du, was? Deine Zähne, deine Weisheitszähne. Ach so, ja, die sind wieder voll dabei, also mir fehlen zwei. Die haben wieder die Zähne eingesetzt, oder was? Rausgenommen und wieder eingesetzt, genau. Einmal gedreht. Einmal gedreht. Ist das dieser Versicherungsbetrug, von dem ich immer höre? Der Betrug ist ein sehr negatives Wort. Ja, das ist kreative Auslegung des Gesetzes, richtig? Ja, und du warst ja voll im großen Funk- und Fernsehhimmel, ja, und ich musste mich im Bett quälen und durfte Suppe essen und Pudding. Und jetzt hat uns das Schicksal erneut zusammengeführt und es kann weitergehen mit den Hörerwünschen. Also, ich sag mal so, ich hab Ekel-Shake getrunken und so Strömmeln gegessen. Also, ich glaube, wir hatten relativ ähnliche Erfahrungswerte. Ja, das stimmt. Naja, egal. Ein Hörerwunsch heute wieder. Vielen Dank dafür, vielen Dank für euer Geld. Und wir haben das großartige Thema Festivals, Schrägstrich Konzerte. Denn ich weiß gar nicht, wie das bei dir so ist, Tino, aber ich bin gar nicht der allerriesengrößte, beste, mega härteste Fan von Festivals, muss ich sagen. Ähm, ja, ich war vieler Festivals, so von 14 oder 13 Jahren bis so 17 war ich auf Festivals, aber seitdem auch nicht mehr. Also, ich bin eher so Festival- und Theatergänger, aber weniger Festivals. Konzerte und Theater meinst du? Ja, meine ich. Weil du hast gerade Festivals. Ja, ich bin dumm. Alles gut. Genau, ich bin auch auf einer noch relativ überschaubaren Summe an Festivals gewesen. Fand die trotzdem natürlich alle gut, aber ich muss sagen, ich habe viel, viel mehr Freude daran, wenn ich irgendwie eine kleine Indie-Band entdecke und da auf ein Konzert gehe, die richtig hart feiere. Und da sind dann halt 50 Hanseln, anstatt mich da in so ein Publikum von 10.000 Menschen da rein zu quetschen. Ich bin jetzt nicht irgendwie da sozial-phob oder so, aber das ist irgendwie nicht so geil, wenn dann alles irgendwie voll geschwitzt ist und ich verstehe den Appeal natürlich und auch dieses ganze Drumherum ist geil. Und wie gesagt, ich hatte ja auch gute Festival-Erfahrung, aber insgesamt habe ich lieber kleine Konzerte von Bands, die ich richtig geil finde. Also irgendeine Untergrundscheiße mir angucken muss auch nicht sein. Als ein Festival, tatsächlich. Auf der anderen Seite habe ich mir in Vorbereitung gerade noch so ein paar After-Videos, After-Movies angesehen von Highfield und so, von Festivals. Und da habe ich gemerkt, dass es schon krass fehlt, dass man mit Menschen so auf engstem Raum ist und den Schweiß des Gegenübers schmeckt und riecht und so. Und ohne Angst vor irgendeinem tödlichen Virus da rumhüpfen und tanzen kann. Das ist schon seltsam, diese Bilder zu sehen im Jahr 2023. Total. Also wie gesagt, dieses ganze Setting da auf Festivals und auf Campingplatz und so, alle sind asozial, alle kotzen alles voll, alle brüllen rum und so. Das ist auf jeden Fall geil und jetzt nach dieser Zeit der Abstinenz habe ich da auch wieder richtig Bock drauf. So, das ist noch was anderes. Wann warst du zuletzt auf dem Festival? Ich glaube, mein letztes wirkliches war, also wenn man es mitzählt, wir sind mehr. Ja. Aber das ist ja eher so eine Konzertreihe gewesen. Ansonsten war es Highfield 2000, ich weiß nicht gerade gar nicht, ob es 17 oder 18 war. Auf jeden Fall mit Rammstein, Scooter, Annen-My-Kanter-Ride und so weiter. Könnte man jetzt googeln, bin ich zu faul zu. Ich sage jetzt einfach mal, 2017 war es. Die Frage ist ja auch, was wir als Festival definieren. Also für mich war jetzt, wir sind mehr eher so ein Demokonzert. Aber es gibt ja auch so kleine Festivals, die nur einen Abend laufen, wie im Kasseturm, wenn irgendwie drei, vier Bands spielen. Kasseturm ist für mich kein Festival. Also ich glaube, ich würde fast nur alles mitzählen, was überhaupt so mit so Campingplatz und so verbunden ist. Weil wenn da im Kasseturm irgendwie so fünf kleine Kackstelzen spielen, ja, da wird halt draußen nicht in Kotze gebadet, weißt du? Und das gehört für mich ein bisschen dazu. Ja, ein bisschen. Aber hast du auch richtig gezeltet damals auf den Festivals? Ich habe da auch gezeltet, ja. Kann ich direkt meine erste Geschichte auspacken. Auf dem Highfield 2017 habe ich nämlich mal was bekommen, was ich auch schon Jahre vorher hatte in Chemie. Da habe ich diesen Pilotentest gemacht und bin so auf dem Ellenbogen gefallen und da ist so Dreck reingekommen. Und da ist mein Eitersäckchen, oder wie heißt das? Ich glaube, heißt das Eitersack? Keine Ahnung, so ein Sack, den du im Ellenbogen hast. Der ist ultra hart angeschwollen und das ist auf diesem Festival wieder passiert. Und da habe ich den komplett eingehüllt und bin dann mit diesem völlig verkrüppelten, angeschwollenen Ekelarm bei Rammstein und bei Scooter mitten in der Menge gewesen. Es war großartig. Es war wirklich großartig. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich meinen Arm verliere, aber es war gut. Aber wie kommt denn sowas zustande? Du hast da einen Dreck im Ellenbogen? Genau, genau. Das ist irgendwie so ein ganz empfindliches, kleines Säckchen, was da irgendwie, du kannst dich ja so auf dem Ellenbogen abstützen, es ist ja weich. Ja. So, und dieses Säckchen hat sich da halt wieder entzündet. Und die ganze Zeit, wenn wir quasi nicht bei den Bands waren, habe ich auf dem Campingplatz gechillt und meinen Arm in den Pissepool reingehalten, wo quasi alle ihr Bier gekühlt haben, um das irgendwie so ein bisschen zu kühlen. Ja, wir hatten auch immer so auf unserem Campingplatz, Zeltplatz hatten wir auch immer so in der Mitte so einen kleinen Basin, so einen kleinen Minipool mit kaltem Wasser, wo dann immer das ganze Bier und die Getränke drinne geschwommen sind. Ach du Scheiße, das war schon wieder 2016, das Highfield. Okay, jetzt muss ich wirklich langsam mal wieder. Ich kann nämlich ein Video von Nostara Furtz sehr empfehlen, die beste Band auf dem Highfield. Ehemals Radio Kill damals mit Panik, eine richtig geile Variante. Die haben nämlich auf dem Grill gespielt, Schlagzeug auf dem Grill und mit einer ranzigen Country-Gitarre. Richtig geil. Ach, war das noch mit Robin als Sänger oder war das schon mit Aaron? Nee, das war schon mit Aaron, ja. So alt ist es nun auch wieder nicht. Aber großartig. Ja, also meine ersten Festivelerfahrungen habe ich eigentlich schon als Kind gemacht, als ich so fünf, sechs Jahre war. Da hatte meine Oma damals die ganzen Bands betreut. Und da durfte ich immer so Backstage mit reingehen und habe da so ein paar Stars gesehen und durfte dann so neben der Bühne stehen. Aber als ich dann in Rente ging, das war gerade das Alter, als ich eigentlich auf Festivals gehen kann, dann konnte ich nicht mehr Backstage gehen. Also ich habe meine Backstage-Erfahrungen gar nicht mehr so auskosten dürfen, weil ich dann noch zu jung war. Ja. Und die ersten, ich glaube dann mit 13 war ich dann zum ersten Mal auf dem Highfield-Festival. Das war ja quasi im Nachbardorf sozusagen. Moment, Moment, dann könnten wir ja da gemeinsam gewesen sein. Welches Jahr war denn das? Wann warst du denn 13? Das haben wir schon mal, glaube ich, ausgemacht, dass Jennifer Rostock damals noch ganz klein waren und samstags um zwölf gespielt haben. Da waren wir beide anwesend, aber kannten uns noch gar nicht. Alter, ohne Spaß. Es war 2008 und 2008 war aus vielerlei Hinsicht absolut mein Jahr. Aber es war vor allem mein Jennifer Rostock-Jahr. Ja. Also ich habe wirklich innerhalb dieses Jahres, ich glaube, fünf oder sechs Konzerte von denen miterlebt. Zwei davon auf Festivals und drei, kommt das hin? Ich glaube, ja. Drei dann, ich muss da mal durchrechnen. Und das war halt am Anfang noch richtig, da waren dann die ganzen fetten Kerle, die Leute, die wirklich richtig mit dem Fuß in Moshpit reinspringen. Solche Leute waren noch da bei Jennifer Rostock, weil die damals noch nicht den Soundtrack zu Twilight gemacht haben. Das ist 2009 erst passiert. Und da hat es sich dann für mich leider auch ein bisschen verlaufen. Aber das Jahr, Alter, überhaupt dieses Highfield war richtig, richtig geil. Ärzte, Headliner, mega gut. Stimmt. Und das war das Jahr, da habe ich die Blood Red Shoes für mich entdeckt. Da habe ich extra, ich weiß es gar nicht, war es System of a Down oder war es Search Tankian alleine? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall auch bei diesem Highfield bin ich extra da nicht hin, um in dieses kleine Drecks Coca-Cola-Zelt reinzugehen. Coca-Cola übrigens die größte Plastikverschmutzungsfirma 2020. Danke dafür. Es gibt auch noch Pepsi und Fritz Cola. Pepsi ist auf Platz 2 der Verschmutzung und Nestle auf Platz 3. Sehr gut. Auf jeden Fall bin ich extra in dieses kleine Kackzelt, weil ich gelesen habe, oh, Blood Red Shoes, die sind so ein bisschen ähnlich wie die White Stripes. Das sind nur zwei, Schlagzeug und Gitarre. Und ich mag ja so spartanische Musik. Und es war so geil, Alter. Es war so geil. Und ich liebe auch diese Ästhetik. Das macht die heutzutage nicht mehr. Das finde ich sehr schade. Aber diese Ästhetik von einer Frau im Kleid mit Gitarre. Das ist so geil. Das ist so nice. Da geht es auch gar nicht darum, dass sie irgendwie gut aussieht. Ich habe so ein paar Bildschirmhintergründe. Da erkennst du die alte gar nicht. Aber das mit den Lichtern und diese Ästhetik, es ist so geil. Dann wirst du, wie heißen die denn? Herzbelts lieben. Das ist so eine ACDC-Coverband, nur aus Frauen bestehend. Und da hatte die Frontfrau auch ein schwarzes Kleid immer an und eine Lederjacke und eine Gitarre. Das sah richtig nice aus. Ja, aber das ist ja schon wieder, die stand da halt in so einem Frühlingskleid da, weißt du? Und dieser Kontrast ist einfach irgendwie super nice. Egal, ich wollte jetzt nicht zu sehr von Kleidern reden, nicht, dass hier der Klöklerafu wieder rauskommt. Aber 2008 war auf jeden Fall richtig gutes, ja, also ich habe da auch noch gute Fotos. Das war auch so ein Jahr von mir, wo ich viele, nämlich viele Konzerte gesehen habe. Ich glaube, das war auch so meine Rise Against-Phase. Da habe ich die auch irgendwie, bin ich den nachgefahren, habe da sieben Konzerte gesehen von denen. Waren die nicht sogar auch beim Highfield? Ich glaube, ja. Genau, auch sogar mehrfach. Und Open Flair auch dann später. Ja, ziemlich nice. Auf jeden Fall ist jetzt nicht irgendwie meine Top 10 oder sowas, aber auf jeden Fall eine richtig gute Band und einige richtige Brecher. Und 2008 waren auch noch die Zeiten, als es keine Akkuladegeräte gab für Handys und keine WLAN-Stationen und sowas. Da bist du echt mit so einem, also ich bin mit einem alten Nokia-Handy dahin gegangen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das hat durchgehalten so, weißt du, das ganze Wochenende von Donnerstag bis Sonntag oder bis Montagmorgen sogar. Und das hat sich völlig dann gewandelt, als ich dann zehn Jahre später auf dem Open Flair war ungefähr. Da gab es ja überall auch so Akkuladestationen. Ja, und die Leute laufen rum mit ihren Rucksäcken, wo da so USB-Ports drin sind und so. Genau, ja. Ja, großartig. Ja, also dieses ganze Festival-Ding. Jetzt, wenn ich darüber rede, kriege ich richtig wieder Bock. Auch mit diesen hässlichen, stinkenden Dixi-Klos und keiner wäscht sich und dann ist da alles voll geschissen. Das ist irgendwie schon geil. Also ich bin immer jeden Morgen als erstes immer aufs Klo gegangen, weil ich dachte, über den Tag verteilt wird es immer ekliger und ranziger, so ein Dixi-Klo. Weil die sind ja meistens morgens irgendwie um fünf gereinigt worden. Da waren die immer noch ganz passabel, wenn du Glück hattest. Oh, das ist großartig. Aber meine große Angst war es immer, dass ich in einem Dixi-Klo sitze und jemand das umwirft. Da habe ich eine richtige Phobie davor. Hättest du mich mitgemacht, ist es gar nicht so abwegig. Hättest du mich mitgemacht, Alter? Hättest du mich mitgenommen? Ist das gar nicht so abwegig. Das war damals für mich auf jeden Fall ein guter Gag immer. Wir haben mal in Jena Erdbeeren klauen wollen und dann gab es die nicht mehr, weil die irgendwie schon verwelkt waren oder alle gepflückt oder was auch immer. Und aus Strafe haben wir dann das Dixi-Klo davor umgeschmissen. Also das war immer so mein Go-To-Asozialsein. Tut mir leid, ich habe halt zu viel Jackass geguckt. Ich glaube echt in dem Alter, so 2008 hätten wir beide einen großen Bogen um uns gemacht. Möglich. Ich glaube auch der Unterschied zwischen, guck mal Alter, ich war da fast 17 und du warst 13, das ist nochmal ein größerer Unterschied als jetzt. Ja, das stimmt schon. Aber ich war immer schon so ein bisschen irgendwie Eigenprödler und alle haben gesoffen. Ich saß da mit meiner Cola und so und musste die Alkohol-Leute da ertragen. Das war schon seltsam. Wobei ich die ersten Festivals, die ersten zwei auch noch mit Alkohol mitgemacht hatte, tatsächlich. Da habe ich so mich mitziehen lassen und habe da mitgesoffen. Also mit 11 und 12 und 13 hast du noch gesoffen, ja, und dann nicht mehr. Kann man fast sagen, also mit 13, 14, 15 habe ich noch getrunken, auch auf Festivals. Und habe dann erst mit 16 so richtig beschlossen zu sagen, nö, ich trinke nicht mehr. Das können wir in einem anderen Hörerwunsch ganz, ganz toll ausweiten, Tino. Im nächsten Hörerwunsch. Genau, nicht zu sehr drauf eingehen. Worauf ich noch mal eingehen wollte, wäre Jennifer Rostock. Denn, wie gesagt, das waren wirklich viele Konzerte in dem Jahr. Und warst du vielleicht zufällig auch bei der MTV Campus Invasion? Äh, nee. Die war nämlich auch 2018 in Jena. Ach, in Erfurt. Nee, nee, Jena. Genau hier vorm Turm auf dem Riesenparkplatz. Und da waren die auch. Und das war richtig, richtig gut. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich, es tut mir leid, Band. Wenn du das jetzt hörst, vielleicht... Ja, ich war damals mit so einem Asozialen unterwegs. Und er hat mir ein paar Sachen gezeigt. Ey, das ist... Von all den Scheiß-Aktionen, die ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich da fast am meisten schlechtes Gewissen hinterher. Wir haben halt dieser jungen, aufstrebenden Band ein paar T-Shirts geklaut. So. Beziehungsweise er hat die geklaut und wir haben die dann unter uns aufgeteilt. Aber wir haben es natürlich alle gut gefunden. Egal, tut mir leid, dass ihr das auf diesem Wege erfahren müsst. Auf jeden Fall hatte ich dieses T-Shirt dann bei jedem Scheiß-Konzert an. Und es war... Immer räudiger wurde es. Und zerrissen und so. Und dieses verschwitzte, räudige Drecks-T-Shirt habe ich dann bei der Campus-Invasion hochgeworfen auf diesen komischen Bus, der da immer mit am Start war. Und das haben damals auch Joko und Klaas... Ich weiß gar nicht, ob die das zusammen gemacht haben. Auf jeden Fall war Joko da. Die haben das moderiert. Und da habe ich das T-Shirt hochgeschmissen, als der gerade Jennifer Weist und hier Joe interviewt hat. Und es hat genau Joe vor den Kopf getroffen. Dieses räudige, verschwitzte, widerliche T-Shirt. Und dann, ich weiß halt nicht, ob man das irgendwie heute noch im Internet findet. Und dann so, was ist das denn? Oh, das ist ja übelst widerlich. Und dann wirft das wieder runter und ich habe es wiederbekommen auch noch. Es war richtig gut. Und leider ist es mittlerweile so zerfleddert, dass ich es nicht mehr anziehen kann. Aber ich habe es immer noch. Aber es wurde von dem heiligen Joe angefasst, ja. Dem großen Mastermind hinter Jennifer Rostock. Ja. Auf jeden Fall. Campus Invasion war auch ganz geil, aber da war halt auch viel Müll dabei. Ich weiß nicht. Ich glaube, wer waren da da? Matzen waren da, glaube ich, noch da. Die sind aber nicht schlecht, Matzen. Ja, die haben ein paar gute Songs, aber das ist irgendwie... Ja, geht. Geht. Es gibt schlechtere deutsche Bands, aber das ist... Also, wenn es nicht deutsch wäre, würde ich das nicht mit dem Arsch angucken, glaube ich. Ja, okay. Ja, aber die haben schon ein, zwei gute Songs. Aber also, Kalle hatet die richtig. Da waren wir... Das war eins der allerletzten Actions, die wir gemacht haben, noch vor Corona. Da waren wir in Erfurt in der E-Burg. Und, Alter, da ging es richtig zur Sache. Da wurde sich so rumgeschubbt. Es war mega geil. Und es lief die ganze Zeit nur so 80er, 90er Rock die ganze Zeit. Alle haben sich rumgeschubbt. Aber immer noch so ein bisschen zaghaft. Und auf einmal kam so ein Matzensong. Kalle kackt übelst ab. Und alle drehen übelst durch und schmeißen sich da hin. Wir hätten echt fast das DJ-Pult umgeworfen. Das ist so ein Stück abgehoben, weil einer da vorgeflogen ist. Und Kalle steht mittendrin und scheißt sich übelst ein, weil es halt Drecksmatzen ist. Alter, es war so gut. Und war ich da nicht sogar mit dabei? Wir waren auch mal mit einer Gruppe in der E-Burg. Alter, ja. Ja. Da warst du ja mit dabei. Das hatte ich wahrscheinlich verdrängt, weil wir sind unabhängig voneinander dahin. Ihr seid irgendwie kurz vorher oder so. Wir hatten ja nur zwei Autos und mussten uns so aufteilen. Haben wir uns nicht dann irgendwie getroffen in der Schlange draußen dann. Genau. Genau, das war mit der Cosplayerin hier, die zwei Mädels, die wir da bei diesem... Wir waren ja vorher noch bei dem anderen Konzert. Hier dieses... Die Gameboy-Mucke da. Ah, äh, Klanggerüst. Genau, im Klanggerüst. Mit den Nintendos und so. Genau, diese Nintendos. Das war eigentlich ganz nice, aber das war halt diesmal sehr schlecht besucht. Und da sind wir dann danach noch in der E-Burg. Stimmt. Ja, geil. Siehst du, da hatte ich ganz verdrängt, dass du da mit warst. Tja, weil ich so unauffällig bin und nicht... Und, und, äh, ja. Nein, ich sag, weil wir unabhängig voneinander dahin gefahren sind. Ist ja auch egal, war schön. Sag mal, sagt dir eigentlich noch Megarock in die Ferien etwas? Nee. Das war doch immer... Ich weiß gar nicht, wie lange es das gab, aber... Zum Start der Sommerferien gab es immer so ein Erfurt, so ein Festival für Jugendliche und für Schüler. Und da haben dann so große Bands gespielt, wie Killerpilze, Tokyo Hotel, Silbermond und so. Nevada Tarn, glaube ich, auch mal. Und Clueso. Oh. Das klingt ja auf dem Papier schon ganz toll. Ich glaube, von den Sachen, die du aufgezählt hast, ist Killerpilze noch am besten. Und das, das ist schon eine echt miese Aussage, Alter. Ey, nix gegen die Killerpilze, ja. Die sind mega sympathisch. Ja, sympathisch macht mir aber keine Freude beim Hören. Sympathisch, man kann es schon behalten. Jedenfalls habe ich jedes Jahr Freikarten von meiner Klassenlehrerin bekommen. Die mochte mich irgendwie. Und dann durfte ich die halt irgendwie verlosen, verschenken. Und meistens habe ich die bekommen. Und da war ich immer mit Freunden dann vor Ort. Und das war eher so ein Treffpunkt mit irgendwelchen Leuten. Und da hat man irgendwelche Bands sich angeguckt, die man gar nicht kennt. Oder die eh viel zu groß und bekannt waren. Dann Kaja Candela waren mal da. Und hat einfach mit gedanst. Und das war schon cool. Alter, ich... Das war auch so ein Ritual. Ja, sorry. Mir ist nur gerade ein Geistesblitz gekommen, weil ich habe bei meinen Notizen, die ich mir hier im Vorfeld gemacht habe und bei meinen Gedanken, da ist mir ja eins entgangen. Und dann, das größte Festival, auf dem wir beide schon sehr oft waren. Der Zwiebelmarkt. Oh, oh. Ja. Weil du nämlich gerade Kaja Candela gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob das Zwiebelmarkt war. Nee, ich glaube, die waren bei diesem Laut und Draußen, ne? Genau, da war das. Oh, also Weimar hat echt wirklich die Crème de la Crème zu bieten an Festivals und Konzerten und all wirklich ganz groß. Und da habe ich mit dem Kumpel noch diesen einen von Kaja Candela getroffen auch in der Stadt. Da haben wir noch ein Foto gemacht mit dem. Ja. Mit dem, mit den schwarzen Rasterlocken. Der war ziemlich entspannt. Ich will das jetzt nicht allzu lange ausweiten, aber das ist ja hier so ein Running Gag von Herodes und mir, dass eine Person, die bei diesem Laut und Draußen anwesend war, mit einer damals Minderjährigen, nunmehr Ex-Freundin von mir verkehrt hat im Hotel. Und mehr will ich dazu nicht sagen. Ich weiß, welchen Künstler du meinst. Das ist so ein bisschen rumgegangen tatsächlich. Ja, da ist, ja. Ein großer Radiostar. Ganz schwierig, ganz schwierig. Und er soll nicht so gut bestückt sein. Ja, das habe ich nicht gehört, aber gut zu wissen. Ja, das ist meine Verbindung mit Laut und Draußen. Lieber Radiostar, wir wissen Bescheid, ne? Und wenn du uns dumm kommst und uns nicht hochhebst und uns, weiß ich nicht, er kann ja mal einen Song über uns schreiben. Ich weiß halt nicht, also ich gucke mal gerade, wie alt der ist. Das ist doch irgendwie schon strafrechtlich relevant, oder? Ich weiß ja nicht, wie jung sie war. Naja, 17 maximal. Ne, das geht, glaube ich. Ach, Mist. Wenn das nicht so ein Spast wäre, ey. Ja, ich finde ihn auch unsympathisch. Und kein, ja, er singt schon ganz gut, aber ich finde die Songs sehr austauschbar. Ja, aber das ist ja eh so seit zehn Jahren irgendwie hier in Deutschland so ein bisschen Gang und Gäbe, oder? Ich meine, Menschen, Leben, Tanzen, Welt ist ja genau irgendwie das auf den Punkt gebracht. Ich glaube, jetzt hast du den Tipp schon sehr weit gereicht. Ich weiß nicht, ich habe überhaupt nichts gesagt, Tino. Ich habe das nicht, es ging gerade um Jan Böhmermann. Ah ja, okay. Der war nicht bei, jetzt fickt euch alle. Ne, der nicht, ne. Ne, ist das, also Weimar hat ja sonst tatsächlich noch was zu bieten und das ist das Som-Date tatsächlich. Warst du mal beim Som-Date? Ne, ich hatte mal irgendwie ein Angebot da hinzugehen, aber ich habe das dann nicht gemacht. Das war mir irgendwie zu uncool. Also für mich natürlich auch. Für Weimar-Verhältnisse ist es nicht so schlecht von Location und allem drumherum. Aber es ist halt so, so richtig dumme Musik, deswegen habe ich mich auch da reingeschlichen. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. 2016 beim Highfield habe ich natürlich auch nichts bezahlt, habe ich mich auch reingeschlichen. Und dann macht das gleich nochmal mehr Spaß, so ein Festival, wenn man nicht 100 bis 300 Euro ausgibt. Sollte natürlich nicht jeder machen. Ist nicht die feine englische Art. Habe ich auch gar nicht gemacht. Das habe ich jetzt nur so gesagt. Aus Spaß. Ich schleiche mich nirgends rein. Und beim Som-Date gibt es auch überhaupt keine Videobeweise auf Nostara-Force, dass wir uns irgendwo reingeschlichen haben. Das ist alles Fake News. Aber das Som-Date ist doch so ein Techno-Ding oder so ein Goa-Festival. Ja, also Techno fände ich eigentlich noch ganz geil. Es ist wirklich so, wo du acht Minuten lang den gleichen Beat hörst, so ein bisschen. So war es auf jeden Fall die beiden Male, dass ich da war. Und ja, ich sage mal so, die Location und alles, wie das so gemacht ist. Wenn da Rockmusik wäre, wäre halt richtig geil. Ja, aber das ist halt einfach nicht so meins. Ich kann das schon ironisch irgendwie feiern und ein bisschen ausblenden. Und es sind ja immer die coolen Leute da. Darum geht es ja in erster Linie. Aber ja, Som-Date geht. Ja, wäre mir ja zu monotonen tatsächlich. Ich habe ja auch Videos und Storys gesehen vom Som-Date und dachte, ja gut, dass ich nicht hingegangen bin. Das ist ja auch, was war der Eintritt jedes Jahr? Weißt du das noch? Also über zehn Euro, glaube ich. Echt zu wenig? Es war auf jeden Fall in irgendeinem... Na, das ist ja nur anderthalb Tage quasi, eine Nacht da irgendwie. Und da ist ja nichts. Da ist ja einfach nichts. Das ist ja nicht irgendwie so festivalmäßig, wo dann wirklich krass was aufgebaut ist. Da ist eine Bühne und das war's, mehr oder weniger. Und dann so ein DJ, der seinen USB-Stick reinsteckt und auf Play drückt. Da, also da werden auf jeden Fall viele USB-Sticks da oben rumgesteckt. Das kann ich sagen. Nicht nur das. Beim Zelten, beim Zelten, da wird gerne mal ein USB-Stick versteckt. Egal, warst du bei diesem, äh, man redet nicht drüber, ne? Das ist ja immer so übelst unter der, unter der Hand, wenn dann die Koordinaten durchgegeben wären so ein Rave hier in Weimar. Da gab's ja verschiedenste. Belvedere, bei Coca-Cola und Kirschbachtal. Warst du bei einer dieser Locations mal? Nee, auch nicht. Es ist ja auch so Techno-Zeug. Ja, ist es. Aber, also da muss ich sagen, zumindest bei Coca-Cola, aber eigentlich auch in Belvedere, ist die Location halt wirklich winning, sag ich mal. Also da kann ich die Musik noch besser ausblenden, weil es halt geil ist, entweder da mitten im Wald so was zu machen oder auf dieser Anhöhe hinter Coca-Cola, dann die Nacht da durchmachen und jetzt das letzte Mal, als wir da waren, ich glaub das war 2018, ich glaub 19 war das gar nicht, 20 sowieso nicht, oder ich hab nicht mehr die richtigen Kontakte, die mir dann die Koordinaten rechtzeitig schicken. Ähm, da ist es halt so geil, die Sofas, die da aufgebaut sind, mit auf diese Anhöhe zu nehmen und den Sonnenaufgang da in diesem Setting zu sehen. Also das ist schon geil. Aber das ist schon ein richtiges angemeldetes Festival, oder? Nee, eben nicht, da ist halt nichts angemeldet und das darf halt offiziell auch keiner wissen. Deswegen halt immer nur diese Koordinaten. Es gibt da keinen Veranstalter, weißt du? Ja, sowas mach ich ja nicht. Ich auch nicht. Also, das gibt's gar nicht eigentlich. Gut. Was es aber gibt, ist offizielle Festivals. Und ich war ganz viele Jahre, nachdem das Highfield dann von, äh, aus Hohen Felden verschwunden ist, bin ich dann immer zum, äh, Open Flair. In Eschwege, glaub ich, ist das. War ich tatsächlich noch nie. Und das ist auch so von der Größe vergleichbar, vielleicht ein bisschen kleiner, ähm, aber ich kam da durch die EG Metall und durch die Partei immer kostenlos rein jedes Jahr, weil die halt so einen Stand hatten und ich kannte da immer Leute, die das gemacht haben. Und das Geile war, dann hast du so ein, ähm, halb VIP-Bähnchen bekommen und durftest quasi, ähm, in bestimmte Bereiche rein und musstest auch nicht kontrolliert werden, wenn du aufs Festivalgelände wolltest. Hm. Da hast du dir viel Zeit gespart. Also, da war ich tatsächlich noch nie. Hier in der Nähe gab's noch dieses Sonnenmond und Sterne. Da war mein Bruder immer, aber da wurde mir zugetragen, das ist mehr so, dass, da geht man nur hin, wenn man was Schnelles nehmen will. Ja. Okay. Das kenn ich auch noch, aber da war ich auch nie. Ja, dann, das muss ich auch nicht unbedingt haben, das können wir ja auch im nächsten Hörerwunsch nochmal ausführlich, äh, besprechen, so die nüchterne Person zu sein, unter Besoffenen, damit komme ich ganz gut klar, aber wenn da alle so Trophys sind, ach, schwierig manchmal. Und ich muss sagen, ich war nach jedem Festival erkältet, also echt, so gut wie immer, ähm, hatte ich am letzten Tag irgendwie Halsschmerzen und Schnupfen und war dann erstmal eine Woche irgendwie krankgeschrieben, weil ich dieses, dieses Zelten irgendwie überhaupt nicht ertrage und, äh. Ja, und dann, die, die Nase ist immer voll mit Schwarz und, äh, weißt du, weil du die ganze Zeit diesen staubigen Drecksboden einatmest, ist deine Nase voll mit Scheiße, ey, ist so abartig, aber ist geil. Ja, und die Keime und Viren der anderen, während du da rumdänzt und so und jedes Jahr, ich spür's jetzt, jedes Jahr war mein Zelt nass. Ja, okay. Irgendwie war irgendeine Stelle dicht. Ähm, ich wollte gerade sagen, man hat jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Awareness für so Keime, ne, durch dieses ganze Corona-Ding irgendwie. Ich will mich davon nicht einschränken lassen, aber man, man denkt jetzt schon ein bisschen mehr drüber nach, okay, wenn ich da irgendwie, weißt du, mich da an diesen hundert Leuten reibe, das ist schon ein bisschen ekelhaft. Aber ich hab ja ein Immunsystem. Ja, auf der anderen Seite hast du ja auch nicht ständig irgendwelche, ähm, Krippen bekommen, wenn du irgendwie auf einem Konzert warst oder so. Ne, sag ich ja gar nicht. Ich hab jetzt auch nicht groß Angst. Ich sag nur, dass ich irgendwie so ein bisschen mehr Awareness in dieser Richtung habe. So. Ja, sowieso. Das wird sich jetzt durch die Menschheitsgeschichte so ein bisschen durchziehen auch. Ich sag mal, früher hat man vielleicht mehr Hände gewaschen aus Gewohnheit und heute eher aus Überzeugung. Heute ist es ein politisches Statement, sich die Hände zu waschen. Dann bist du schon Linksfaschist. Ja. Naja, also beim Händewaschen gerade, Alter, auf öffentlichen Toiletten, oh, ich fass da immer gar nichts an. Alleine, wenn ich irgendwie T-Stube oder sowas, ich berühre immer gar nicht die Türen. Weißt du, ich mach die immer mit dem Fuß auf. Ich will da gar nichts anfassen. Was? Naja, also beim Reingehen schon. Wenn ich rausgehe und mir die Hände gewaschen habe, dann versuche ich auch irgendwie etwas zu berühren, was nicht alle berühren. Dass ich die Tür irgendwie aufkriege, ohne auf die Klinke zu fassen. Ja, oder wenn es nicht anders geht, wenn ich die Tür nicht mit dem Fuß aufkriege, dann fasse ich die Klinke an den Stellen an, von denen ich denke, dass die wenigsten Leute da ran so gehen. So hinten an der Spitze der Klinke, hinten so ganz leicht mit einem Finger so anheben. Und das machen alle dann. Oder mit den Füßen. Ich hab ja gesehen, es gibt so Türen, die du mit dem Fuß öffnen kannst. Weißt du, wo die Klinke unten ist. Aha, ja. Ja, furchtbar spannend. Lass mal noch kurz wieder zurück zum Highfield 2016. Ich wollte nämlich noch ein, zwei Worte verlieren zu Rammstein. War ganz gut. Ja. Okay. Ja, du bist ja großer Rammstein-Fan. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt krass unterscheiden, wenn die ein privates Konzert, ein privates Konzert geben oder auf so einem Festival. Also da war schon krass mit Pyroshow und so. Aber an sich, ja, also war schon, glaube ich, das Highlight. Ach nee, ich lüge. Das Highlight waren NoFX. Die haben richtig geile Stimmung gemacht. Auch gut, ja. Gute Liveband. Die sind super witzig, Alter. Die machen, die sind so ein bisschen wie Ärzte, dass die die ganze Zeit eher Scheiße bauen, statt irgendwie Lieder zu spielen. Mhm. Ähm, und wer war es noch? Alter, Airborne. Airborne ging richtig in die Fresse, Alter. Das war richtig gut. Ja, die kenne ich nur von, von irgendwelchen Hardrock-Samplern, aber die habe ich nie live gesehen. Okay, ja. Mega gut. Aber, also ist ein bisschen so wie ACDC, klingt nach ein paar Liedern auch alles gleich, aber klingt halt gleich geil. Ähm, und Scooter fand ich ein bisschen sehr absurd, wie dann alle HB Baxter angejubelt haben und er mit seiner brennenden Gitarre meiner Meinung nach, äh, hier, wie sagt man, Playback gespielt hat. Das war alles ein bisschen strange. Aber das seltsamste Erlebnis, und deswegen wollte ich es überhaupt noch mal ansprechen für mich, waren Annenmai Kanterreit auf der Mainstage zum Highfield 2016 und alle drehen übelst durch. Also ich, ich will die jetzt nicht kleinreden, ne, die machen tatsächlich ganz gute Lieder und so, ne, bin jetzt nicht der Riesenfan, aber kann man sich anhören, aber das ist für mich absolut keine Festivalmusik. Die machen ja echt eher so Entspanntes, ne? Ja. Die kann ich mir auch nicht als Headliner vorstellen. Das wäre eher sowas wie die, so zwei Nummern vor dem Headliner, weißt du? Ja. Dass man nochmal irgendwie sich entspannt und chillt und danach nochmal, wenn die vorbei sind, richtig auf die Fresse mit System of a Down oder mit, äh, die Ärzte oder sowas. Die hatten da halt gerade ihr übelstes Hoch mit Pocahontas. Ja. Und da, Pocahontas ist ja noch am ehesten vielleicht, wo, wo dann alle mitschreien können und so, obwohl der, der Song an sich ja auch relativ lahm ist. Da wird halt nur so geschrien im Refrain. Aber der, der Rest, das war für mich absurd irgendwie. Klar muss es auch mal ruhige Musik geben, aber nicht als Finale. Aber prinzipiell eine gute Liveband. Prinzipiell eine gute Liveband, finde ich. Die, die liefern auch immer gut ab. Okay. Ja, also, daran hat es nicht gehabert so, aber irgendwie, es war halt wirklich der Abschluss des Abends. Jetzt drehen wir mal alle richtig durch und, und singen über Liebe. Und ich, ich bin überhaupt, ich werde, die, die, die Menschheit versteht mich nicht. Teenage-Angst. Naja. Ja, so, so emo-mäßig meinst du, so ein bisschen My Chemical Romance und, äh, was ist schlecht und schlimm und ich wünschte, ich wäre tot. Bei, bei denen vielleicht ein bisschen weniger prätentiös, als ich das bei anderen sehen würde, aber trotzdem. Dieses Feeling hat für mich auf, auf dem Festival nichts zu suchen. Ich will nicht von der, von der letzten, äh, Bühnenshow weggehen und mir die Pulsadern im Zelt aufschlitzen. So. Wie, wie, wie war eigentlich deine, deine, ähm, deine Diät, deine Ernährung auf Festivals? Oh, ekelhaft, ja. Wie hast du dich genährt? Ich, immer irgendeine Fertig-Scheiße, irgendwelche Kekse, Alter, weil die stopfen. Das ist so räudig, diese, kennst du diese Ja-Kekse, wo, wo so verschiedene drin sind, so leicht mit Schokolade überzogen, wirklich super billig und diese Waffelröllchen, so war es einfach. Ja, klar, die hätte man, ja. Das ist, das war echt meine Haupternährung, einfach, weil es schnell geht, muss nichts vorbereiten, muss nichts aufwärmen, kannst auch ein paar mitnehmen, ganz einfach und so, aber so widerlich eigentlich. Ja, aber so Schokolade schmilzt doch im Sommer. Ja, und? Kann man trotzdem essen. Also, das kenn ich ja gar nicht, tatsächlich. Wir hatten immer eher so Ravioli-Dosen ohne Ende. Ja, also eins, zwei Dosen auch und es war auch ein Grill da, ich glaub ein Käse wurde da auch mal rumgereicht so, aber das war echt meine Haupternährung da. Wir haben ja dann in dem einen Jahr entdeckt, dass man ja so, so, so eine Gaskartusche mitnehmen kann, weißt du, so, dass man irgendwas erwärmen kann. Das hatten wir die ersten drei Jahre gar nicht. Da haben wir uns nur von kalter Ravioli ernährt, von Cornflakes irgendwie ohne Milch und von irgendwelchen doch teuren Sachen, die es da zu kaufen gab, wie Pizza oder so. Das war schon richtig freudig. Ja. Ich muss hier grad mal gucken, wann der Butterclaw-Anschlag war. Irgendwann 2015, ich glaube irgendwie, Jendricks Geburtstag, genau, das war genau zu Jendricks Geburtstag, das heißt Ende 2015, dann kommt das nämlich hin. Am 13. Dann, oder? Ich glaube, ja. 13. November 2015. Das war so absurd, Alter. Wir haben da gerade den Geburtstag gefeiert. Wir haben den Geburtstag gefeiert im Kaskada und es war übelst Eskalationsstimmung, ja, weil Jendricks den Geburtstag Titler machen durfte und dann jedes Mal, wenn jemand ihn Jens genannt hat, musste irgendwas passieren oder man den Arsch küssen, ja. Und dann echt, es war gerade das Setting, dass ich irgendwie fünf, nee, Franz war das. Franz hat fünfmal Jens gesagt irgendwie, weil er das nicht gecheckt hat und muss dann einmal so längst jeden Arsch ablecken, so im Vorbeilaufen. Und plötzlich dazu auf dem Fernseher im Kaskada lief halt hier plötzlich, äh, ja, hier Anschlag, Anschlag und in dieses Setting rein, Alter, das war so strange. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich danach tatsächlich bei einem Konzert und auch bei diesem Highfield-Festival dann hin und wieder so diesen Gedanken hatte, so was wäre, wenn, dass das so im Hinterkopf ist, dass, was wäre, wenn jetzt hier irgendwie so ein, so ein, so ein Anschlag wäre. Und das ist, das ist nicht cool, Mann, dass sie, dass sie, weißt du, in dem Moment haben die ja gewonnen, die Assis. Ja, das gab es ja damals auch auf so einem ganz großen Strand-Festival als einer von einem, von einer Hotelanlage aus dem, aus dem Balkon da auf Besucher geschossen hat. Ja, das war aber nicht Strand, das war Las Vegas. War das nicht, nicht an so einem Strand irgendwie gewesen? Nee, nee, nee. Dachte ich. Also der aus dem Hotel raus, das war auf jeden Fall in Las Vegas. Ach so, aber ja. Das war, glaube ich, einer der blutigsten Anschläge der letzten zehn Jahre. Ja, die Angst schwebt immer so ein bisschen mit. Das kenne ich ja auch, also gerade nach dem Bataclan damals, dass man so die ersten Konzerte, ich war ja auch an dem Abend zum Wrestling tatsächlich in, wo war das denn, Oberhausen oder so, oder Leipzig. Und da habe ich es auch noch auf dem Handy gesehen und dachte auch, oh shit, das hätte ja überall passieren können. Und dann so das erste halbe Jahr, muss ich gestehen, halte ich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, was, wenn jetzt irgendwie ein Islamist oder so hier, hier mir den Rücken schießt. Ja. Das stimmt schon. Aber an sich halt. Also ich habe es mittlerweile nicht mehr so. Ich weiß nur, dass es, ich glaube, es war bei diesem Konzert, bei diesem Festival, obwohl das dann auch schon wieder ein halbes Jahr her ist, dann war es vielleicht ein zeitnahes Konzert noch. Da hatte ich so dieses Gefühl, so ein bisschen mulmig so, was würdest du machen, wenn jetzt, das ist halt dumm, das ist halt übelst dumm. Weißt du? Also es ist natürlich auch gut für Brände und so, einfach den Notausgang im Kopf zu haben, weil lieber zum Notausgang als zum tatsächlichen Ausgang. Es gibt ja auch bekannte Beispiele, wo dann Leute übelst verbrannt sind, weil die sich den normalen Ausgang verstopft haben. Deswegen habt ihr immer den Notausgang im Blick. Aber, Alter, das ist doch krank, Mann. Das ist doch scheiße. Ja, du darfst dich dafür nicht fertig machen lassen. Klar ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, einen Notfallplan zu haben, zu wissen, wo ist der Ausgang, wo ist der Notausgang und so. Aber an sich wollen das ja die Terroristen, dass du Angst hast und nicht mehr auf Festivals gehst oder auf Konzerte gehst. Ja. Um das kurz nochmal mit einem Funfact zu unterstreichen. Fucking Las Vegas Shooting, 1. Oktober 2017, das war auch ein Festival, 58 Menschen getötet und ungefähr 869 weitere verletzt. Alter, das ist ja völlig absurd. Und viele auch davon, wie sagt man, wirklich langfristig geschädigt, ja, dass sie irgendwie Beine verloren haben und so, da jetzt an den Rollstuhl gefesselt sind, das vergisst man ja meistens, ja. Man liest nur irgendwie 58 Tote, aber dass da irgendwie 800 nochmal schwer verletzt gewesen waren. Ja. Das ist auch richtig hart. Gut, ein bisschen Ablifting. Tino, was war denn eigentlich dein allererstes Konzert jemals? Ich kann mich nicht erinnern, weil ich als Kind schon auf Konzerten war, aber meine erste Erinnerung war tatsächlich Marilyn Manson. Oha. Da war ich nämlich auch mit meiner Oma damals auf dem, war das Highfield oder Beachparty oder sowas. Tino war mit seiner Oma bei Marilyn Manson, was ist denn jetzt los? Scheiße. So neben der Bühne und ich kann mich aber nichts mehr erinnern, aber meine Oma hat mir gesagt, dass es mein erstes Konzert war, wo ich dann mit ihr mit war. Und der muss sich wohl ganz furchtbar benommen haben, der Marilyn Manson. Der hat sie auch betreut und er war wohl ganz eklig. Was, sie hat ihn betreut? Also unter anderem, ja, weil sie war ja so Künstlerbetreuerin und hat da irgendwie ihre Wünsche entgegengenommen und keine Ahnung. Ja gut, Marilyn Manson hat ja seit damals, ich weiß gar nicht, wie dieses geile Album hieß, nicht mehr so viel gerissen, außer ein bisschen komische Bühnenshows. Ja, ja. Aber das ist ja völlig absurd, was wir für Wendungen hier haben, dass du auf deinem ersten Konzert Marilyn Manson gesehen hast, weißt du, vielleicht hatte ich es auch schon irgendwo mal erzählt, was mein allererstes Konzert war. Also ich meine jetzt nicht irgendwie so ein Dorffest, wo so ein Typ gespielt hat oder so, sondern ein großes Konzert. Es war das Abschiedskonzert von Deutschland sucht den Superstar Staffel 1 in Erfurt. Oh ja. Und da bin ich halt auch mit meiner Oma und meiner Mutter und meiner Schwester hin. Aber das ist halt, also, ne, ich hab mich damals gefreut, aber so retrospektiv ist das schon ein bisschen nicht so geil als erstes Konzert. Das war doch damals das Ding, ja, DSDS, die erste Staffel mit Klaps und Schopmann und Kübelböck und so. Kübelböck, der hat damals noch gelebt. Genau. Nektarios und wie sie alle hießen, das waren ja auch große Sänger, ja, darf man nicht vergessen. Ja. Die konnten ja auch was. Aber trotzdem ist schon ein bisschen Panne. Ich glaube, aufgrund dieser Erfahrung habe ich mich dann ganz, ganz gegensätzlich entwickelt. Ja, der Vergleich, so DSDS und Marilyn Manson ist schon witzig. Ganz, ganz finster. Naja, und was würdest du denn sagen, ist dein absolut bestes Konzert- oder Festivalerlebnis? Da schwanke ich zwischen Rammstein und, äh, die Ärzte tatsächlich. Ich hab die Ärzte gesehen auf dem Highfield damals, obwohl ich noch gar kein Fan von denen, also kein großer Fan war, aber hab mich so totgelacht über ihre, ihre Gags, ähm, dass ich dann, äh, zum Fan geworden bin, sozusagen. Das war zu Jazz ist anders, ne? Achtung, Jazz stand da groß. Genau, da haben sie sich an dem Abend aber, aber Hubschrauber genannt. Und nicht die Ärzte. Ach ja, stimmt. Alter, siehst du, das hab ich völlig verdrängt. Aber war, war auf jeden Fall witzig, ähm, das Problem war, weil es halt Festival war, die haben schon überzogen, haben aber trotzdem nur, in Anführungsstrichen, knapp zwei Stunden gemacht. Ja. Was war denn dein bestes Konzert bisher? Äh, ich wollte noch kurz nachhaken, äh, Rammstein, irgendein bestimmtes oder einfach halt ein random Konzert, oder? Ich hab hier grad Karten, meine ganzen Konzertkarten vor mir, das war am 14.02.2010 in der Messehalle in Erfurt, das war zu Liebes für alle da. Mhm. Aber da bin ich am Ende umgekippt, da hab ich irgendwie, was weiß ich, irgendwie Kollaps bekommen, Kreislauf, weil es so warm war in der, in der Bude. Aber es war sehr schön. Also ich glaube, ich hab zwei, obwohl, naja, nee, also das eine ist schon das Beste. Also Blood Red Shoes war ich insgesamt auf den meisten Konzerten, definitiv. Mhm. Ich hatte zwar diese, diese Jennifer Rostock-Zeit, aber das war halt, wie gesagt, fünfmal in dem Jahr oder sechsmal und dann irgendwie später noch einmal, als sie in Erfurt waren und da fand ich das irgendwie nicht mehr so geil, dass sie dann die ganze Zeit auf der Bühne so eine Piepshow abgehalten hat. Das war irgendwie, da waren dann halt auch viel mehr so irgendwie, ne, diese typischen Szene-Kids und so, diese Emo-Girls, statt große, haarige Männer, die dich halt irgendwie im Moshpit kaputt treten. Ähm, aber Blood Red Shoes, definitiv, muss ich hier nochmal lobend herausstellen, einmal hab ich keine Karten mehr bekommen und hab die angeschrieben und gesagt, hier, ich bin irgendwie seit 2008 dabei, hab das nicht rechtzeitig geschafft, Karten zu kriegen, kann ich noch irgendwie eine bekommen? Und sie haben mich halt auf die Gästeliste gesetzt, das war richtig nice. Boah, wie nice, krass. Das andere Mal, mega gut auf jeden Fall, ich hab natürlich einen Presstext geschrieben, so fast Fanboy-mäßig, Alter, ich bin eigentlich von nichts Fanboy. Und da hab ich aber, da hab ich mich richtig geärgert, dass ich's halt nicht rechtzeitig geschafft habe, weil ich's irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ein andermal war ganz nice, dass ich diese komische Rassel gefangen habe, mit meinem Fuß, diese ins Publikum geworfen haben, ist mir normalerweise auch egal, aber ich stand halt da und sie ist mir quasi unter meinen Fuß gefallen. Und das war so ein Flash, da hab ich mich gefreut. Aber das Allergeilste war... Hast du die noch, die Rassel? Natürlich, klar. Geil. Ähm, die Location war auch richtig geil, ich weiß grad gar nicht, wie das heißt, das ist irgendwie so ein ganz hohes Haus in Berlin, alle drei Storys hier sind in Berlin, äh, Blood Red Shoes. Ah, wie heißt denn das? Die Location ist richtig nice, Mann. Sieht aus wie so ein fürstliches Haus mit ganz hoher Decke, das war echt geil. Da kenn ich mich ja gar nicht aus, wie das heißt. Ja, ich hab halt meine Tickets vergessen, hierher zu holen, dann hätte ich's noch sagen können. Egal. Ähm, aber das beste Erlebnis war Gaslight Anthem mit Vorband Blood Red Shoes. Das heißt, zwei Bands, die ich richtig geil finde, spielen gleichzeitig ein Konzert. Das war so geil. Außerdem hatte ich auch noch viele Leute dabei. Weil Kalle war dabei. Ich weiß gar nicht, Alter. Das waren Lars, glaub ich, damals. Anna war mit dabei. Wer war denn da noch alles dabei, Alter? Das waren so viele Leute. Das war richtig geil, Mann. Stell dir vor, Alter, Rammstein und Ärzte würden für dich, weißt du, ein Konzert zusammenspielen. So ungefähr war das für mich. Das wäre Overfuck, glaub ich. So war das. Und dann sind auch noch deine ganzen Homies am Start, weißt du? In fucking Berlin. Richtig gut. Mehr willst du gar nicht haben. Ich glaub, das war 2013 oder 2014. Da waren wir gerade alle zusammen bei GIGA. Genau, da war noch Nico Stern. Ich glaub, Nico Stern wollte da nicht und hat sein Ticket an Kalle gegeben. Irgendwie so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren viele Leute da. War geil. Und das hat mich gefreut. Es hätte meiner Meinung nach andersrum sein müssen, aber Gaslight Anthem war halt damals die größere Band. Aber meiner Meinung nach hätten die die Vorband sein müssen. Die kenn ich gar nicht so richtig. Also vom Namen her schon, Gaslight Anthem, aber ich weiß gar nicht, was die für Musik machen. Ich kannte ja mal meinen 11 von 10 Song von denen schicken, Ida Call You Woody Joe. Den spielen die leider nie auf Konzerten, weil die dumm sind, keine Ahnung. Aber die sind für mich irgendwie was ganz Besonderes, weil die es so schaffen, irgendwie die erzeugen für mich so eine Nostalgie zu einer Zeit, die ich nicht selber erlebt habe. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Also weil die so, ja, die sind so Romantiker zu diesen 60er Jahre Leuten und so, weißt du. 59 Sound zum Beispiel ist auch einer der meistgehörten Hits von denen. Aber Ida Call You Woody Joe, jeder, der jetzt hier zuhört und sich dafür interessiert, hört euch den mal an. Das ist für mich ein absoluter Banger. Ich höre ja eh Musik hauptsächlich danach, wie gut man dazu skaten kann. Und das ist wirklich 11 von 10, Alter. Ich habe noch eine eher traurige Festival-Story. Kennst du Tonsteine Scherben? Ja. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Genau, diese Revoluzzer-Band um Rio Reiser. Haben die deinen Tisch kaputt gemacht? Das waren auch die, genau, aber nicht meinen Tisch. Okay, hast du Glück gehabt. Ich dachte, das wäre jetzt die traurige Story. Nee, es ist ein bisschen anders. Der ist ja gestorben, der Rio Reiser, in den 90er Jahren. Und die sind dann alleine, also ohne ihn auf Tour gegangen weiterhin und machen immer noch Musik. Oh, und jetzt bestimmt eine übelste Katastrophe, ne? Ich glaube, der Bruder singt jetzt von denen. Nee, das ging eigentlich. Ach so, okay. Und die haben auf dem Open Flair gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr. Und ich bin eigentlich nur wegen denen dieses Jahr dahin gefahren, weil der Rest der Bands nicht so meins war. Und nach 10 Minuten kippt der Schlagzeuger mit dem Herzinfarkt einfach um. Uff, uff, uff. Und es ist so nach vorn gefallen. Und ich dachte, ja, danke auch. So ein Scheiß. Ja, danke, ich habe bezahlt. Musst er jetzt hier abklappen, oder was? Ja, aber hat er es überlebt? Er hat es überlebt tatsächlich. Aber es war sehr traurig. Und ja, Funky lebt noch, macht wieder Musik, aber das war sehr traurig. Und wusstet ihr gleich, dass das so ein Herzinfarkt ist? Hat er noch gesagt, sorry Leute, ich kriege kein Herz? Oder habt ihr das erst irgendwie Tage später erfahren? Nee, das war erst in der Zeitung am nächsten Tag. Er ist irgendwie umgekippt, nach vorne quasi. Und dann sind von der Bühne, kamen dann so irgendwelche Sanitäter, haben ihn von der Bühne runtergezogen. Und da kam nach einer Weile dann der Sänger und meinte, ja, sorry, wir müssen das Konzert abbrechen. Der Funky hat einen Schwächeanfall. Schwächeanfall? Ja, und dann am nächsten Tag in der Zeitung war er dann so, ähm, Funky von Tonstände, Scherben, mit Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Ähm, knapp überlebt oder so, also haarscharf. Hm. Ja. Schön. Ja. Oh Mann, was weniger schön war, war für mich System of a Down tatsächlich. Da hat mich damals David so eingeladen, weil, Alter, das ist ja irgendwie 90 Euro, halt, alle so, ne? Also übelst viele Leute aus dem Freundeskreis hin, irgendwie, auch die du kennst, so Maggie, Dion waren da, Freizeitguru, äh, Franz, alle mit am Start. Äh, Maggies Bruder noch. Und, ähm, Kalle war auch dabei, genau, da ist Maggie mit dem Fuß umgeknickt, das war richtig großartig. Sie hat ihr Handy nicht dabei gehabt, oder das Handy war aus, und sie ist mit dem Fuß umgeknickt und in irgendein Krankenhaus transportiert worden. Und wir wussten nicht, welches, mussten dann erstmal rumtelefonieren, in welches Krankenhaus ist es am wahrscheinlichsten, dass sie geliefert wurde, und dann sind wir auf gut Glück dahin. Aber darum ging's nicht, tatsächlich, die Performance der Band war für mich echt nicht gut. Und da hab ich auch ein paar Tage später erfahren, dass kurz vorher irgendwie ein Freund von denen gestorben ist. Aber ich hab doch, also hätte ich bezahlt, ja, hätte ich mich auch da aufgeregt. Weil die hatten echt keinen Bock an dem Tag. Und das war in dieser, wie heißt die, Wuhlheide, der große Spot da. Eigentlich eine richtig geile Location, aber war leider ein bisschen wack. David waren auch dabei, also die ganze Berliner Crew, die, äh, Rob Bubbles und Hand of Blood, die waren alle mit am Start. Also eigentlich beste Voraussetzungen, aber die Band hat nicht mitgemacht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass tatsächlich, äh, das ist mal für Dauern zu dem Zeitpunkt schon leicht verstritten waren. Weil die hatten doch schon länger irgendwie Differenzen musikalische, weswegen sie ja nicht mehr so geil drauf waren. Kann sein, aber die haben doch jetzt erst neue Songs rausgebracht. Jetzt wieder, nach, nach vielen Jahren, ja. Na, das war 2018, glaub ich. Oder 17. Also so lange ist es nicht her. Ähm, eine Band wollte ich noch rausstellen als, ich weiß nicht so recht, ich war in Erfurt noch bei den Subways. Ja, die kenne ich auch, habe ich auch schon da gesehen. Die haben, glaube ich, einen ziemlichen Nosedive gemacht. Also die kennt heutzutage irgendwie keiner mehr, wenn ich das richtig eingeschätzt habe. Die neuen Songs hatten immer fast keine Aufrufe. Vielleicht sind die auch so eine Spotify-Band, who knows. Aber die Subways waren auf der einen Seite richtig geil und auf der anderen Seite, alter Schwede, die haben halt gar keine Pausen zwischen den Songs gemacht. Es ging eine Stunde lang Vollstoff, keine Ansagen, kein gar nichts, nur aufs Maul und dann auf Wiedersehen. Also es war an sich geil und eine relativ einzigartige Erfahrung, aber es ging nicht. Ich habe an so vielen Stellen geblutet hinterher, das war unfassbar. Ja, das war auch meine Erfahrung. Ich habe die auf dem Highfield gesehen, glaube ich, vor vielen Jahren und da waren die richtig geil, aber mir ist auch aufgefallen, dass die halt keine Ansagen machen und das alles sehr schnell irgendwie vorbeiging und du gar nicht die Zeit hattest, dich auf so einen Song einzulassen oder auf den nächsten Song oder den letzten Song zu verarbeiten zumindest. Das fand ich auch etwas schwierig. Auf jeden. Die haben schon ein paar echt gute Banger, obwohl ich mich ein bisschen satt gehört habe, muss ich sagen. Aber trotzdem, eine geselssame Erfahrung und ich glaube aufmerksam... Das waren doch die mit Rock'n'Roll Queen. Genau, das ist deren Nummer 1 Song quasi, den eigentlich jeder so ein bisschen kennt. Und ich glaube, ich bin auf die aufmerksam geworden durch ein Videospiel. Tatsächlich, na wie heißt es denn, dieser GTA-Klon, da war Rock'n'Roll Queen nämlich drin. Ah, ähm, was mit Mafia, kann das sein? Nee, 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 oh, das Abgedrehte, Mann, ich komme gerade... Ach, Saints Row, Saints Row 3 oder 2 hatte Rock'n'Roll Queen drin. Aber es kann auch sein, dass ich die vorher schon kannte, ich weiß es gerade gar nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich viele Bands durch irgendwelche Soundtracks von Spielen kenne, wie jetzt Rise Against oder Zebrahead, die habe ich nur kennengelernt über irgendwelche Spiele-Soundtracks tatsächlich. Ja, kenn ich. Ob es Skate ist oder Tony Hawk's oder GTA. Alter, hier, Flogging Molly habe ich zum Beispiel auch durch Tony Hawk's 4 damals kennengelernt. Kennst du ja bestimmt. Ja, geile Bands. Naja, das kenn ich. Na, Drunken Lullabies, kennt ja eigentlich auch jeder. Und die waren ja auch beim Highfield 2008. Da waren so viele geile Bands, Alter. Ja, war das 2008, ich weiß es nicht mehr. Doch, doch, definitiv. Aber ich habe die auch mal auf dem Highfield live gesehen. Gogol Bordello war auch richtig nice, Alter. Also 2008 war richtig, richtig gut. Hm. Saints Row the Third kam 2011. Ich weiß nicht, also das Subway-Konzert ist auch ewig her. Es kann sein, dass ich die da... Ist ja auch nicht so wichtig. Aber ja, das ist ein geiles Phänomen, durch Videospiele-Bands kennenlernen. Was wäre eigentlich so dein Traum-Line-Up für ein Festival? Uff. So drei Bands, so. Freitag die, Samstag die, Sonntag die. Ich sage es, wie es ist. Das wäre mir alles scheißegal. Hauptsache als Headliner ganz am Ende The White Stripes. Die haben sich nämlich aufgelöst, bevor ich die Gelegenheit hatte, ein Konzert zu sehen. Und das ist richtig fitster. Ich finde, Jack White alleine ist ein genialer Musiker, aber das ist nicht das gleiche. Es ist nicht das gleiche Programm. Das wäre so auf meiner Bucketlist, einfach ein Stripes-Konzert noch zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Vielleicht ja eines Tages. Wenn das Geld ausgeht. Mal gucken, mal gucken. Man kennt es doch von den ganzen großen Stars. Ja, sie hat halt große Probleme mit Bühne. Also sie ist eigentlich eine super introvertierte Person und das ist ja nichts. War das nicht auch so von ideal, diese Sängerin, die Frontfrau, die auch irgendwie übelst Lampenfieber hatte und deswegen die Band aufgelöst hat? Kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Also ich habe irgendwie im Hinterkopf, die haben irgendwie so ein, ist das nicht auch so, irgendwie neue deutsche Welle-Scheiß oder so? Genau. Und jetzt später dann ich und ich gegründet mit Adel Tawil. Ah, okay. Und das ist ja auch nie zu sehen auf Bühnen, weil die halt übelst Angst vor Auftritten hat. Okay. Und das ist schade. Ja, ungünstig. Dann, als letztes habe ich hier noch aufgeschrieben, Fahr-in-Urlaub-Racing-Team, habe ich auch einmal gesehen. Ja. War gut. Ich zweimal. Gute Stimme. War das für dich auch in Erfurt? Genau, in Erfurt war ich bei beiden Malen sogar und da war ich in der ersten Reihe und es war richtig toll. Ich habe sogar Fahr-ins-Schweiß abbekommen. Da waren wir vielleicht auch im gleichen Setting. Ich weiß noch damals, da waren zwei Kumpels von dem Markus, kennst du Patrick, kennst du glaube ich auch, ich bin mir nicht sicher, ist egal. Und dann hatten wir noch ein Ticket für meinen kleinen Bruder und der hat sich dann, weil halt Bockiger, weiß ich nicht, 15-Jähriger, hat sich quergestellt und hat gesagt, ich komme doch nicht mit. Und dann haben wir ewig rumgefragt, ob jemand Bock hat, diese Karte zu nehmen, also kostenlos und haben keinen gefunden. Irgendwie erst die sechste, siebte Person, die wir gefragt haben, also entweder keine Zeit oder keinen Bock und erst die sechste, siebte Person, das war dann halt wieder Nico, der eigentlich damit überhaupt nichts anfangen kann, aber es war halt super lustig, den dann da mitzunehmen. Aber gerade bei Ford sind die Karten immer so schnell weg und wenn du dich da vorstellst vor das Konzertgelände, dann wollen doch immer irgendwelche Leute das für 1.000 Millionen Euro noch kaufen. Ja, auf jeden Fall, also, aber ich wollte da jetzt keine Kohle machen oder so, es ging nur darum, jemanden coolen mitzunehmen. Ich habe natürlich auch nicht auf Facebook gefragt, sondern halt Freundeskreis so, damit ich auch jemanden dabei habe, auf jeden Fall nicht Bock habe. Aber ja, war auf jeden Fall geil. 2014 war ich auf der Ford-Tour, als sie in oren Städten gespielt haben, die mit Ford enden. Alter, war das 14? Und ein Jahr später, 15, war dann, es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Ah, okay, ja doch, da war ich. Ja, da war ich. Da war ich und das war auch völlig absurd, denn auf diesem Konzert wurde ich von fünf verschiedenen Leuten angesprochen, ey, bist du nicht, bist du nicht. Das war auch damals so ein bisschen die YouTube-Hochzeit. Das war fast ein bisschen unangenehm, weil, weißt du, wenn du da irgendwie, du nimmst ja nicht Rücksicht auf Leute, du willst ja ja irgendwie, ne? Du willst ja deine Ruhe haben und die Leute umtreten. Und wenn die dann sagen, bist du nicht der, dann kannst du nicht mehr umtreten. Der Robbe Nostarafu hat mich angepuckt. Geil. Und dann als letztes vielleicht noch, weil wir müssen langsam zum Schluss kommen, ich muss nämlich richtig hart kacken und die Stunde ist rum. Aber abwärts, ich glaube, die Story habe ich auf jeden Fall in irgendeinem Podcast schon mal erzählt. Abwärts ist ja so eine uralte Punkband, die irgendwann Rodrigo González in sich aufgenommen hat. Und da war ich damals im Rosenkeller in Jena. Und wir haben uns ausgegeben als Mitarbeiter und sind quasi Backstage gegangen und haben das Essen von denen geklaut. Und haben da gerade an dem Essen rumgefressen, als die Band reinkam. Und wir so, braucht ihr noch irgendwas? Es war richtig gut, Alter. Aber die haben es uns halt abgekauft, dass wir da arbeiten. Es war richtig geil. Dass das so funktioniert. Dreistigkeit siegt Tino. Ich möchte auch noch zwei Konzerte hervorheben. Und zwar die Killerpilze habe ich gesehen vor einigen Jahren. Okay, ja. Ja, in Stuttgart, glaube ich. Ich finde die Karte gerade nicht. Und Olli Schulz in Jena vor zwei Jahren. Okay. Der ist richtig geil. Das ist auch so ein Laberer. Ja, sowas ähnliches wie Olli Schulz habe ich vielleicht noch zu bieten. Im Jena F-Haus Monsters of Liedermaching. Auch richtig geile Band. Ja, stimmt. Sehr, sehr witzig. Und was ich als letztes noch Shoutouten wollen würde, sind Früchte des Zorns. Die kommen noch am ehesten ran an irgendwas Linksradikales. Das sind so die typischen Leute, die sich ans Liebig 34 ketten. Aber das, also die haben für mich die betextet, die null prätentiös sind. Denen kaufe ich das so richtig ab, dass sie das leben und spüren und fühlen, weißt du, genau so, wie die das sagen. Und die haben jedes Mal, ich warte mal, wie waren das? Ich bin, glaube ich, irgendwie, mein Japan-Trip, den habe ich extra so gelegt, dass ich zurückkomme und auf ein Konzert von denen gehen kann. Weil ich die wirklich hart feiere. Die haben wirklich auch immer nur so 20 bis maximal 50 Leute da. Und sie haben jedes Mal eine Kasse des Vertrauens, wo du halt so viel gibst, wie du Bock hast. Oder halt auch einfach nichts. Und ich weiß nicht, das ist einfach ganz besonderes Feeling. Deswegen Shoutout da nochmal hin. Ja, die kenne ich auch nur durch dich tatsächlich. Schön. Was geht mal der Woche? Ich muss halt echt hart kacken, Alter. Wir haben noch genau zwei Minuten, laut meinem Aufnahmeprogramm, die wir füllen dürfen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt erwähnen musst? Ich habe Lena live gesehen. Lena Meyer-Landrut. In Leipzig. Genau, die war echt stark. Tristan Prusch. Die war halt damals super cute. Also auch dieses ganze Gehabe in diesem Satellite-Video, das ist schon super cute. Aber mittlerweile ist sie ja völlig uninteressant für mich. Oder auch Lordi, habe ich gesehen im Highraiser in Leipzig. Lordi, geil. Vor fünf Jahren, ey. Sechs Jahre fast. Uiuiui. Lordi, Alter, vor sechs Jahren? Waren die nicht irgendwie vor 20 Jahren oder so Thema? Ich glaube 2007 waren die im Mainstream angekommen. Irgendwie im Eurovision Song Contest, ne? Alter, und was ich gesagt habe, hier Jennifer Rostock durch den Song Contest entdeckt. Durch den Bundesvision Song Contest. Und da haben Subway to Sally gewonnen. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand das überhaupt scheiße, ey. Fand ich am furchtbarsten. Und ich möchte auch noch die ganz kleinen Bands erwähnen. Frachter zum Beispiel, die wir auch schon öfter live gesehen haben gemeinsam. Ganz tolle Band. Überhaupt meine, ich glaube, meine allerbeste Konzerterfahrung war tatsächlich Traumfresser. Die sind richtig gut. Kennst du die? Ja klar, aber an dem Abend konnte ich nicht. Das war ja im Kasseturm. Ja, da hatte ich ja einen kleinen selber Auftritt. Aber auch generell, auch ohne mich, beste Band der Welt mindestens. Wow, wow, wow. Das ist sehr hoch gegriffen, aber das kann ich verstehen. Ja. Das musste ich hier nochmal erwähnen. Ja, liebe Leute, dann vielen Dank für den Brennpunkt-Hörerwunsch zum Thema Festival. Wir hätten noch ewig über Festivals reden können. Ich habe ja noch einen Stapel von Konzertkarten. Huiuiui. Ja. Ich muss auch mal wieder. Also jetzt durch den Podcast, ich habe echt wieder richtig Bock gekriegt. Deswegen krieg dich mal ein Corona, krieg dich mal ein Impfung, was auch immer. Dass wir das in die Wege leiten, dass irgendwie im Spätsommer 2021 mal irgendwie was passieren kann. Und, Tino, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben ja immer noch heiße Tickets für die Ärzte. Ja, geil, nächstes Jahr. Ja, das wurde ja verschoben und wir warten. Wir warten. Genau in einem Jahr quasi. Ich hoffe, es klappt dieses Mal. Ja, ich gehe davon aus. Na gut, dann vielen Dank fürs Kaufen, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank für alles. Vielen Dank an Tino für seine Expertise. Vielen Dank an alle. Danke auch dir, Robin. Danke auch dir. Okay. Dann bis zum nächsten Hörerwunsch zum Thema. Ja, Alkohol saufen. Tschüss. So, tschüss. Ciao, tschau.